Hallo, heute gibt es nur einen kleinen Trailer von meinen nächsten Wanderungen. Die kommen diesmal nicht aus den Alpen, sondern vom Bayerischen Wald. Dort sind die Berge nicht zu hoch, aber das macht gar nichts, weil die Natur ist hier wunderschön. Siehe diesen grünen Stein. Vielleicht kann ich ja mit den nächsten Bildern euch ein bisschen neugierig machen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich bei meinen Wanderungen begleitet und dann sehen wir uns demnächst. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.